so weiter geht's auf geht's hier vieren dann rein damit drei runden rennen okay hier sind wir nun mit der ersten runde was denkst du ich denke es wird interessant jetzt geht's es ist dunkel selbst mit der streckenbeleuchtung aber wenn du auf die beschilderung achtet klappt das schon das war ziemlich heftig ich habe keinen platz gerade um die sich durchzuarbeiten ich glaube da hast du jemanden wütend gemacht einer der jetzt hier mitgezogen hat kann ich versetzt kommen jetzt du bist in der mitte des feldes und kommst in runde 2 ich wollte sie kurz nach vorne bringen das war nicht ich das war er wie viel dadurch m m m m m m m m m So, ich glaube schon, wir sind jetzt noch mal größer. Wir gehen jetzt in die letzte Runde. Bleib in Führung. Letzte Runde. Wir haben hier noch in Führung. Oder auch nicht. Der kurde Punkt da hinten. Ich hoffe, dass hier noch mal auf zwei kommt. Ziemlich rutschig. Wir haben es. Erste Rennen schon mal erfolgreich. Rennen Nummer zwei. Da ist schon an der Level 30er dabei. Da brauchen wir wohl nur ein bisschen. So, auf geht's. Rennen Nummer zwei. Sydney, Regen. Macht sich wirklich einfacher. Christen, es ist wie immer ein Vergnügen, dich hier zu haben. Und falls Sie Christen nicht kennen, sie ist zweifache Weltmeisterin im Zeitfahren und eine erstklassige Tourenwagenfahrt. So, per C. Der Regen wird definitiv nicht einfach machen. Das hat vier gebremst. Ja, das ist zwar die neue Zeit. Das ist zwar die Plätze. Klar, ich kann sagen, den Dreher noch verhindern, oder wie? Ich kann sagen, den Dreher noch verhindern, oder wie? Pass auf, du hast einen deiner Gegner zu sehr gereizt. Ah, das hat mich angeguckt. So, die Führung, die Doppelführung von uns. So, die Doppelführung von uns geht ab. So, wie veruführung von uns geht? Ich weiß nicht, was ein sehrser Gerät ist. Schön. Wir können uns jetzt ein bisschen absetzen. So, Runde 2 von 3. Sehr lange Strecke. Tolle erste Runde. Du bist in Führung. Ja. So, Runde 2 von 5. So, Runde 2 von 3. So, nasst ein Schnelles. So, was das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 wenn er gewinnt ist mir das auch jetzt nicht egal ich habe ich die möglichkeit bekommen zu kassieren das war eine position bis zur spitze das ist abgekürzt deine kollegen haben bringt uns nicht weiter klar wer dran ist an uns zu dem sieg auch getan gegessen ich hätte erwartet, dass die strecke ein bisschen schneller ist letzte runde verteidige deine führung das ist auch jesuher wir haben so lieber eine felle an der ersten sieg Thusen wird jetzt wir haben wir haben also unsere wir haben dass wir etwas Ja, den muss ich auf jeden Fall ziehen lassen. Der will jetzt natürlich kassieren, der will jetzt natürlich dran gehen. Scheiße, ey. Ich klicke habe, ich zweite. Zweiter, ja, gut. Das war fast so klar. Scheiße. Naja, ja. Letzereen. Gut. Gut. Schauen wir mal. Christen, was denkst du gerade? Wenn man vom Punktestand ausgeht und davon wie das letzte Event gelaufen ist, habe ich so eine Ahnung, wer gewinnen wird. Ich sag's dir gleich unter vier Augen. Nicht mehr lange und wir werden wissen, wie es ausgeht. Also bleiben Sie dran. Von 16, ne? Das ist jetzt von ganz ihm, dass ich durch kann. Ach so. Alles klar, viel Glück da draußen. Ja. Die Strafe haben wir das Ding ja verloren im letzten Rennen. Das würde ich jetzt gerne hier nochmal korrigieren ein bisschen. Ich sehe mich schon vorgefahren. Ich will das Ding ja gewinnen im letzten Rennen. Ich will das Ding ja gewinnen im letzten Rennen. Ich komme aber auch nicht wirklich da jetzt ran. Aber wenn du mir genau in dem Moment rausziehst. Ich komme aber auch nicht wirklich da jetzt ran. Das ist vier. So, letzte Runde muss ich jetzt angreifen. Die letzte Runde werden Sie sehen Sie wollen. Die letzte Runde werden Sie sehen Sie wollen. Letzte Runde, los jetzt, machen wir in Patrice gut. So, die zwei Jungs habe ich. Jetzt findet der Kollege da vorne. So, die zwei Jungs habe ich. Jetzt findet der Kollege da vorne. k x 3 Dankeschön, man! Du bist mein Eindruck, wie du Idiot. Ja, das gewinnt natürlich das nicht. Scheiße! Aber ich hoffe nicht noch durchsetzen. das zweite wieder mal wieder verloren so ein Rennen naja haben wir es doch gewonnen sehr gut so und das sehen wir uns am nächsten mal an